Das ist nicht witzig, echt nicht. Das war nicht gerade willig. Oh 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 oh, Boomer hinter mir. Ne, äh, wo bist du? Tank, ne wie heißt das Ding da denn? Charger. Charger. Ich hätt alles durchgehabt, gell. Ne, Rucksack hast du nicht. Unfranzösisch nicht. Unschüsser nicht. Doch, da ist unschüsser. Ne, französisch ist doch das. Was haben wir denn hier Feines? Was hast du gefunden? Sehr schön gemacht. Oh, Rucksack, oh oh oh, Rucksack. Oh, Alter. So. Wer springt da in die Hölle? In dit. Wer hat denn das doch kaputt gemacht? Wer springt in die Hölle, Markus schon unten. So. Weiter geht's. Oh, da wollte ich gerade. Schau wieder, Nick ey, will's mich verarschen. Oh, legt mich schon mal arsch ey. Soll man Snickers essen? Äh, Snickers? Krass. Ohohoi. Gott ey. Gebt doch bestimmt irgendwo. Oh, GZA. Oh, da ist noch ein Hunter irgendwo. Granatwerfer. Oder so? Ne, war normaler Zombie. Okay. Gebt doch bestimmt. Oh, Charger. Der schießt auf mich. Ja. Der schießt auf mich. Das geht doch nicht. Gibt doch bestimmt so ne Mod oder so, wo anstatt Medipack dann so ein Snickers da liegt, oder? Das wär so geil. Da muss ein Andi mit uns spielen. Alles andere fickt er nichts. Der braucht dann die amerikanische Krühe. Ja, die ist doch so groß wie die Medipack, oder nicht? Ne, ich glaub, das ist noch krühe. Da sind die Nüsten noch mit den Wurzeln. Oh nö, jetzt hab ich meine Waffe. Oh, nö. Ah, ne, doch. Oh, ich falle die Bayesie. Ah! Der Hunter, aber wir jumpen ja nicht gegen. Hier sind Sirukki, Mann. Sirukki? Hier ist noch ein Hunter, oder so? Ah, sie hat mal gesehen mit den Wolldienst. Na, Alter. Hier sind überall diese Sirukki-T-Männer. Sirukki-T, und die nehmen dich mit, wenn du nicht brav bist. Genau. Sirukki-T. Das hat die doch zu Jeremy Pascal gesagt, oder? Oh, Trecker. Ein Trecker, geil. Nein. Geil. Ich will fahren. Ja, ich fahr Trecker an. Ich will mehr fahren. Ist dein Vater zu Hause, André? Nein. Er muss Verträge überfahren. Ja. Scheiße, ich wusste es nicht mehr. André. Ja, Mann. Ist dein Vater zu Hause. Nein, ich will Verträge überfahren. Und was musst du hier so? Was muss ich hier so? Ich kann nur eine Sache in diesem Fleck kommen. Komm, die hier. Die fliegen. Oh. Ich heile mich. Rauch Decker. Oh. Hello. Boah. Boah. hat keiner meine rohbomber zu fällig schnell ich habe noch mal lieben halt da jetzt ist vorbei oder ein hallo doch so helft mir doch so macht das mal ein andres sollte uns das denken geben ich denke nein ich glaube sie hoch schon wieder hoch der träger hat aber bestimmt keine christoph aus plakette das wasser ist trüb die luft des reis fraz josef muss ertrunken sein ich bin triebe franz josef die überlebenden retten hallo ich bin hier nicht achte das nick wirst du ich bin ich bräuchte mal ein bisschen mund ich habe nur nichts gefunden aber ich höre schon wieder company auf heros ich meinte den fußballspieler voll reingetreten hey man jetzt kann ich meine schuhe wieder waschen du hinkst so komisch markus moment muss mich verarzt du hink dabei endlich schmuhn wir hatten den ist gekillt er lebt noch polizeifickerlein halten mega viel aus markus bleibt stehen das klingt irgendwie ja wie schwul ist wie geil alter diese schule ist doch eine frau ja ich meine nur die er ist doch eine frau der ist doch nur die richtige frau der beruhs der beruhs kudos juhu ja wo die tatschion da hier sind tor in riesenbreites tor und er klettert wird da habe ich wo müssen wir langen leute die fischer überhaupt und und geschenkt mit naja was denn die mario die ganze andere bayern test der stürmer wie die christine ich weiß ich weiß aber ich sage das ist unser steroid ich muss mich verraten ja ich werde die tür zu machst du bist doch experte da drin ich bin ich bin der experte für den reinzukommen nick war der letzte wie immer ja weil er ein fletsch ist der die das der die das nick der die das nick wieso weshalb warum weiß ich gerade nicht tausend tolle nahkämpfer ha 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 seid jetzt wieder cool richtig cool einer scale von 1 bis 10 mindestens 34 kritisch oder immerhin schon aus doch was wir haben wir keine mini px mehr da spare ich mir das hier oben liegen noch drei ja gut negativ so leid etwa das ist doch schnell oder wie sie wie sie leben ich habe mich so ihre abgefahrenen krassen jetzt kämpft aber klar genau sieben jahren so ein bisschen auf der spiel ich mache jetzt die speedrun hat er dich von der brücke gecharged so gehen wir mal aus der perspektive von teo rengo ganz lässig aus der hüfte schießt er da die zombies um ich wechsle ich immer so wechsle ich immer zwischen euch und versuche schon zu helfen nein ist das einfach so was er gesehen hat kameras hatte mich auch genannt da die Brücke runter ja ich wollte jetzt kein Druck ausüben oder so, aber es liegt alles an dir der geht da voll mit der Makete durch Biest alter aber wie assozial ist der Charger, der springt in Wasser und kommt dann einfach wieder so sieht's aus und wir können nicht schwimmen der ist ja krasser als ein Hulk Apropos Hulk, hast du das Tor gestern von dem gesehen? krass ey da war ich krass, ich weiß gar nicht, dass da einer Hulk ist der hat doch mal so einen geilen Freistoß gemacht ey der hat da gestern einen rausgehauen, wieder aus 35 Metern oder so muss ich mal reinziehen ach du, Französisch, Markus hinter dir versuch einfach durchzulaufen irgendwo hinter dir ist Französisch, gell? nur die killen die auch dir im Weg stehen scheiße oh, Splitter oh, neu hat er den Mechettied Mechettied einfach killen einfach oh, Jockey Scheiße, wenn er auf dich springt, dann ist rum jawohl, der ist runtergefallen komm komm das heißt aber nicht, dass der nicht nochmal wiederkommt egal versuch einfach weiter zu laufen ey in der Zombie-O-Kalypse wär ich gern mit der Alten da zusammen, ey versuch ne Pille zu nehmen, wenn du Zeit hast, irgendwann das wird helfen ja genau, damit du schneller laufen kannst du bist gleich da woher MediPack MediPack heil dich das schaffst du nicht doch, doch, doch okay, lauf, 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 lauf und Charger nein, nein, der ist ganz weit weg lauf weiter, lauf weiter da ist, oh, Tank lauf, lauf, Tank lauf lauf, lauf mach keinen Scheiß, lauf ich fühl mich wie meine Großmutter ja, lauf lauf zwischen den Autos, lauf zwischen den Autos, das ist nur ein Zombie das ist nur ein Zombie hinter dir weiter, 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 weiter der Tank kommt hin grad aus, grad aus nein du musst da hoch den Bus hoch scheiße, nein das war's du hättest den Tank da hoch müssen den Tanker den Tanker den Tanker tanker, tanker, tanker nein scheiße okay, treppens aber ey, Respekt noch, bis ein zu kommen ja ooooh dann würd ich sagen, auf ein neues auf ein neues dann heil ich mich mal wieder oh, ich glaube, die M4 mal oh mein, ich hätte gerne gepasst ja, das glaub ich dir so kurz vor Schluss wenn's so auch kurz vor Schluss war ich weiß nicht, ich kenn das Level nicht ach ich glaub, das war kurz vor Schluss weil das ja kurz vor Schluss war das macht Sinn ja so ey, holt mal jeder hier noch so'n ein Rohrbubble wo ist denn hier ein Rohrbubble ja hier unten guck mal oh, hab ich schon auszusehen Bonnie dabei ich hol auch ein Rohrbubble hä, warum hat der jetzt keine leu ich hab die geholt na klar, haben wir Zombies gekillt hä so da steht aber noch mehr muss ich ducken wie duckt man sich nochmal? auf C halten aber witzig ey, warte, bei mir ist es auf C ich mach das immer auf Battlefield-Steuerung also auf FCRG G wocha ist die diese Fikwaffe die will ich gar nicht die will ich ok, von mir das können wir dann Push the button na 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 so keinen nouvelles versuchten uns alle mit PC oder zusammenbleiben einfach laufen oder würde ich auch sagen ich will jetzt einfach mal die bay sie so lange bis dann krassert sie damit ich am ende noch genug money habe ich habe eine machete ich glaube ich beschädig nachkampf action die erste take one ich habe einen lichtbaseball schläger und gar nicht das rennen ist eröffnet genau wer als erster durch ist ist gut ich bin zweiter hier ist das loch kein voller dritten hier jockey sitzt auf dem schiff wenig ich glaube hier kann gefährlich am rand ja ich bin schon hier alter marcus kommst du bei ja hier ist noch ein muni dings gewesen aber auf geschirr ist ein braunschild ich habe bis jetzt noch kein schluss verbrauch ich auch nicht tank wo müssen wir lang alter hier hoch lol lol nein nein lauwardrade na lauwarddeckung lauwarddeckung kommt der rücken frei schnell zum rettungsfahrzeug wo ist das rettungsfahrzeug ja warum ich kann zu langsam wo alter für kategor langsame nein gesagt das ist ohnehin komme ich aufheben leider gerade verräter und muss ich rein verräter ich konnte nicht mehr laufen ich war voll langsam auf einmal egal hauptsache einen v-anhalten warst du noch hinter mir dann ja ich war hinter dir und wurde dann irgendwie umgenervt keine ahnung ich habe drei errungenschaften gespielt überliebende verstorben war die gemeinde ja 50 minuten haben wir gebraucht das geht ein neustart geht es noch das sind drei parts würde ich so dass fälle drei ok andrade mit einem oder war es ganz schlecht verbannszeit habe ich am meisten oder taus habe ich gar nichts galle überhaupt waren überhaupt geld behälter mit gar nicht auch gar nicht gesehen können auch nicht ich bin der hunter hunter der hatte nicht der schmucker hatte ich mag keine raucher und ich habe dem charger den stöpsel gezogen wäre wieder gewesen das wird jetzt einfach nichts sagen brauchen egal egal sei so wie du bist 1828 zombies wurden wir dieser filmproduktion verletzt wie filmproduktion und ich würde sagen bis in der nächsten folge von let's play left for dead bis dann und tschau adios und tschüss und tschüss